Ich zeige euch einen anderen Video. Heute zeige ich euch einen Backrein Minecraft. Wie kann man kochen in Minecraft? Wie funktioniert meine Maschine? Ich habe eine Maschine gebaut. Vielleicht kennt ihr schon Minecraft. In diese Maschinen, man. Auf jeden Fall bauen wir heute eine Maschine. Wahnsinn, ich habe die Testmänner auch. Oh, das habe ich sehr gut gedacht oder nicht? Also ich habe nichts im Internet geguckt. Also nichts, wie man sie baut. Ich habe nichts geguckt, aber es hat mir trotzdem, weil ich nicht geguckt habe, stumpfen gedauert, um diese Maschine zu bauen. Es hat mir stumpfen gedauert, weil ich nicht an den Tag geguckt habe. Aber ich wollte auch nicht. Ich wollte nicht schummeln fürs Video. Ich wollte es nicht. Ich werde ein ganz normaler Spieler werden. Der hat Sachen leer. Okay, also ich mache jetzt meine Geburtsmacher holzeln. Ich mache gerade die Bäckerei hier. Weil ich will die Bäckerei bauen und nicht nur die Maschine haben. Ich zeige euch meine Bäckerei. Sie haben nichts im Internet geguckt, wie baut man so eine Bäckerei. Also es hat mir... Deswegen... Ich bin zu dummer. Ich werde nicht schummeln. Es hat mir stunden gedauert, um die Bäckerei zu bauen. Okay, wir gehen rein. Und wir sind da. Hallo, Kuh. Weiß ich muss die Kugeln. Falls ihr wisst, ich habe jetzt einen brandneuen Tablet. Also dieser ist tausendmal groß wie mein letzter Mann. Bam. Bam. Okay, also wir sie... Okay, nee. Ich muss einen neuen Ofen hinbauen. Geh weg. Geh weg. Also... Ich wollte einen neuen Ofen hinbauen. Wie man kocht. Also ich wollte einen neuen Ofen hinbauen. Warte. Wieso ist es so dunkel hier denn? Ich will gucken, wenn ich einen Ofen hinbauen. Wenn ich einen Tollschuk machen. Wie dunkel ist es? Ich weiß gar nicht. Lass mich... Aber oh mein Gott. Lass mich hier einen Tollschuk nehmen tun. Okay, und dann... Wie man kocht, müssen wir hier... Hier oben müssen wir... Sollte... Oh nein. Was sollen wir machen? Chessler getan. Wieso? Wieso? Wieso habe ich die Chessler? Hier, also... Wir gucken uns mal... Mal den Kurs des Lebens an. Als erstes, was wir natürlich müssen... Ist die Sache... Die Zutanheit. Und die Sachen... Wieso sind die Chessler? Wieso sind die Chessler? Wieso kommen die? Oh... Sind die nur noch ein paar Chessler gestecken? Ne. Also du tustest hier zum Beispiel... Häuschen. Also Brennstoffe. Das ist... Und du musst durch die Essen hin. Und dann... Geht alles hier rein. Oh wait. Hier ist ein Chess. Ja. Und dann... Wenn das Essen hier rein kommt, dann... Beratet es sich. Dann... Dann...